Hallo mein Name ist Brodive, willkommen zu diesem Tutorial. Hier werde ich euch zeigen wie man sich im PvP verstecken kann. Als allererstes geht ihr erstmal in die Hocke, das macht ihr mit Kuh. Das seht ihr auch schon neben mir, da steht Leertaste drücken um zu kriechen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und wenn ihr dann unten liegt, dann seid ihr theoretisch schon versteckt. Jetzt kann euch kein anderer Spieler mehr auf der Minikarte hier oben sehen. Und euer Name ist auch versteckt. Perfekt wäre das natürlich im hohen Gras, weil dann sieht euch überhaupt keiner mehr. So könnt ihr eigentlich theoretisch auch einen Überfall planen. Aber bitte nicht auf mich, sonst bin ich böse. So, dann wollen wir mal wieder aufstehen. Toll, jetzt habe ich wegen euch Rückenschmerzen, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Hilfe! Hilfe! Hey du da vorne, helf mir mal bitte. Hallo, jetzt geht's wieder. Bist zu spät gekommen, du Held. So, dann bedanke ich mich mal. Bis zum nächsten Mal, euer Brodive. Ciao! 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 Ciao!